Der Druck steigt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen zunehmend die Auswüchse eines neoliberalen Wirtschaftssystems zu spüren, das Shareholder-Value und Produktivität über das Wohlbefinden des einzelnen Menschen stellt. Sie sind mit einer Arbeitswelt konfrontiert, die oft mehr von ihnen verlangt als machbar ist und weniger hält als sie verspricht. Zunehmende psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Burnout sind Produkte dieser negativen Entwicklungen. Aber auch körperliche Beschwerden und Arbeitsunfälle sind weiterhin an der Tagesordnung. Dabei handelt es sich nicht um Einzelschicksale. Ein immer größerer Teil der Beschäftigten ist betroffen. Die negativen gesellschaftlichen Auswirkungen sind verheerend. Denn nur ein gesundes Arbeitsleben bis ins Alter sichert den Bestand unseres Gesundheits- und Pensionssystems. Und eine intakte Gesundheit ist wichtig für Erholung und Lebensfreude außerhalb der Arbeitszeit. Der österreichische Gewerkschaftsbund und die Arbeiterkammer bündeln nun ihre Kraft und stellen diesen Herausforderungen und Problemen eine gemeinsame Lösung entgegen. Aber nicht nur eine Lösung, eine ganze Lösungswelt. Bestehend aus Website mit nahezu täglichen Newsmeldungen, Online-Datenbank, Magazin, Newsletter, Veranstaltungen, Büchern, Broschüren und Checklisten ist die Lösungswelt Gesunde Arbeit die zentrale Informationsplattform zu den Themen Arbeitnehmerinnenschutz, psychische Belastungen, Verwendungsschutz, betriebliche Gesundheitsförderung und alternsgerechte Arbeit. Die frei zugängliche Website www.gesundearbeit.at dient dabei als zentrales Eingangstor zu allen Angeboten der Lösungswelt. Die Lösungswelt in ihrer Gesamtheit bietet für jeden Nutzertyp das richtige Medium. Egal ob man lieber am PC, Smartphone oder Tablet online surft, Podiumsdiskussionen und Vorträge besucht oder in Büchern oder Magazinen blättert. Alle Inhalte werden dabei von Arbeiterkammer und ÖGB auf ihre Qualität überprüft und laufend von einer sachkundigen Redaktion aktualisiert und ergänzt. Expertinnen und Experten für Sicherheit und Gesundheit in der Arbeit finden über Sie vielschichtige und hochwertige Informationen, genauso wie fachkundige Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Sicherheitsvertrauenspersonen und interessierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gesunde Arbeit – die Lösungswelt zu Sicherheit und Gesundheit in der Arbeit. Gesunde Arbeit – die Lösungswelt in der Arbeit. Gesunde Arbeiterkammer und đi